Moin moin Leute und herzlich willkommen zum zweiten Tag. Heute steht sehr viel an. Wir wollen eine Besichtigung machen. Es geht los mit Feuerwerk und wir gucken uns noch die Stadt an. Das gibt richtig geile Eindrücke. Der Rest ist hier gerade schön schon am Frühstall. Ja, alle am Futtern. Rührei und Spleck gibt es. Draußen sind ein paar... Boah, ich bin schon viel nach 1,5. Ich bin geile Eindrücke. Ein paar draußen am Morgenbrötchen, Lungenbrötchen inhalieren und Lungenbrötchen. Dann wollen wir mal schauen. Wo geht es heute? Ist das eine Kirche? Castello del Monte. Burg. Schloss. Richtig? Schönes Ding. Ja, Bombenwetter. Ich würde mal schätzen, wir haben so ganz entspannte 23 Grad. 20, 23, so dazwischen. Ziemlich geil. Der Nico, der kocht gleich eine schöne Runde für uns. Carbonara. Weil das kann er. Er nickt. Und da wollen wir gleich bald auch nochmal uns eine Burg angucken gehen. Wie ja schon vorhin versprochen. Die XA Carbonara. Die XA Carbonara. Gibt es da Specials? Extra Aroma ist das. Extra Aroma. Eieieiei. Feuer und Flamme. So, also. Bis später. So meine Freunde. Es geht gleich los. Das Auto fängt sich an zu besetzen. Der Peppy holt gerade seine Schuhe. Und Nico hat mich gerade mega gelobt. Finde ich richtig geil. Danke dafür. Wir haben hier so richtig geiles Zeug. Das sind so Mais. Maiskörner. Die sind ultra groß. Da ist Salz dran aber nur. Schön knackig. Richtig geil. Und natürlich Monster Energy Pur-Abend. Start. Richtig geil. Richtig knackig. Richtig geil. Richtig geil. So Leute. Was geht? Wir waren... Karte. Ja irgendwie muss ich das... Das muss ich wie fixen. So. Auf jeden Fall geht es jetzt in die Stadt. Wir gucken gleich mal ein bisschen Stadt. Wir gucken ein bisschen Feuer weg gleich. Irgendwie habt ihr bis jetzt nur Trash gesehen. Aber ich glaube es ist auch zu mir. Damit ihr mal mitbekommt was im Hintergrund so geht. Und diese Maiskörner sind ultra geil. So Leute. Wir sind jetzt hier bei der... Wie heißt die... Spuck noch? Wie heißt die Burg? Castel de Monte? Castel de Monte, ne? Castel de Monte ist... Alter, ist echt ein ganz schön großes Teil. Ist grad zum Baum vor. Richtig nah. Und sie sind hier mit der Hälfte der Truppe. Der Rest parkt gerade noch. Und Alter. Leute. Guckt euch das mal an. Das ist für all die Menschen, die denken, wir würden nur Zeit verschwenden. Ihr müsst jetzt leider erkennen, ihr haltet uns nicht auf. All die Leute, die heute bereuen, was sie damals versäumt haben, unsere Erfolge verleugnen. Ihr haltet uns nicht auf. Die Klicken, die auf uns herunterblicken, sich sicher fühlen, bis wir uns entwickeln. Ihr haltet uns nicht auf. Diese eine Person, die dich nicht sieht, wenn du sie liebst, steh auf. Sag ihr, ich bin hier und du hältst mich nicht auf. Niemand hält uns jetzt auf. Lebe deinen Traum, denn wir bewahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, bleib nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sag ihr, bleib nach den Sternen, lebe deinen Traum, denn er wird wach. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja, bleib nach den Sternen, du bist bereit. Achtung, die kommen nach. Alter, kommen die rein. Da schau mal direkt runter, guck mal. Ja, da stehen die Leute auch rechts, ne? Ja, pass auf, die kommen auch noch zu. Nee. Ja, ja, pass auf. Alter. Ja, stimmt, stimmt. Die müssen vielleicht nochmal an die Seite gehen, ne? Das kommt hier nicht hin, glaub ich. Nee, das könnte... Alter. Guck mal. Junge, die schießen hier, die drüber dann mumpeln, wie wir... Weiß nicht, fünfe Zoll oder so. Oh Gott. Oh, shit. Eiii... Ja. 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 Und... ... 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 Alter, was? Was? Alter, was? 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 Was?